So, willkommen. Jetzt haben wir die Determinante definiert in §11 und wir wollen jetzt schöne Eigenschaften von der Determinante irgendwann beweisen, die uns helfen, neue Knotenvarianten zu produzieren. Und um diese Invarianteigenschaften der Determinante zu beweisen, müssen wir uns erstmal nochmal genauer mit der Signatur beschäftigen, also Eigenschaften der Signatur. Wir hatten ja die Signatur benutzt, um die Vorzeichen in der Determinantenformel zu berechnen und an diesen Vorzeichen liegt es auch, dass die Determinante am Ende so schöne Eigenschaften hat. Also gucken wir uns die Signatur zunächst erstmal nochmal genauer an und da fällt als erstes immer ein bisschen überlegt Folgendes auf. Zu jeder Permutation gibt es viele Diagramme. Erhalten wir jedes Mal Die gleiche Signatur. Ja, wir haben ja die Signatur so berechnet, dass wir geguckt haben, wie viel Überkreuzung es gibt und ob die Anzahl der Überkreuzung gerade oder ungerade ist. Nun gibt es ja möglicherweise viele Diagramme, ja, oder es gibt eigentlich immer viele Diagramme, ich male Ihnen mal ein Beispiel hin. So, mal von vier Zahlen eine Permutation. Ja, hier ist eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und, ähm, die Permutation soll mal so sein, ich gehe von hier nach da und dann gehe ich noch von hier nach da und dann von hier nach da und dann von hier nach da. Na, ich darf endlich hier durch diesen Punkt direkt durchgehen. Keine Dreifachpunkte. Das ist nochmal die Überkreuzung. So, und, aber ich kann auch ganz anders zeichnen, ja. Ich mache auch mal für die gleiche Permutation. So, also von eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Also vielleicht, also die Eins geht zur Zwei, aber da könnte ich auch so machen hier rüber und gehe dann erst zur Zwei. Und die Zwei geht zur Vier, aber da könnte ich ja so machen. Und dann erst zur Vier. Und jetzt will ich es nicht noch viel schlimmer machen, die Drei soll wieder zur Drei zurückgehen, das mache ich mal so. So, und die Vier soll zur Eins gehen, das mache ich mal so. Ja, also das Sigma hier ist da, ist dasselbe wie da. Ja, immer geht die, also kann ich hier nochmal hinschreiben, Sigma, ist immer die Eins geht auf die Zwei, die Zwei geht auf die Vier, die Drei geht auf die Drei und die Vier geht auf die Eins. Ja, bei beiden Diagrammen. Ja, und wenn ich mir jetzt angucke, wie wir überkreuzen, gibt es hier eins, zwei, drei, vier. Ja, also Ü ist vier. Und das heißt, die Signatur ist plus eins. Ja, man hat, muss minus eins hoch vier ist plus eins. Ja, für gerade, weil das gerade ist, ja, kommt plus eins raus. So, was ist hier los? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Vierzehn. Die Anzahl der Überkreuzung ist vierzehn. Ah, sie ist auch gerade. Und die Signatur ist auch plus eins, ja. Ja, und wir hätten gerne gewusst, ist dies immer so. Ja, es ist immer so, dass wir die Überkreuzung egal von welchem Diagramm berechnen können. Ja, die Anzahl der Überkreuzung ist zwar verschieden, aber hier ist es gerade und hier ist es auch gerade. Ja, und wir würden gerne wissen, ob das immer so ist, dass für alle Diagramme zu demselben Sigma, dass die Signatur immer gleich ist. Ja, damit die Signatur eben nur von der Permutation abhängt und nicht von dem Diagramm. Ja, okay.